Wenn du mir Blöcke gibst, erledige ich den für dich. Ich habe ja gerade gesagt, ich gebe dir welche. Aber das darf nicht auffallen. Hallo hier meine Pros und Prodeens. Und herzlich willkommen zu Bad Wars. Hier spielen heute eine 5x1 Map. Richtig, richtig. 5x8. 5x8. 5x8? Ja, 5x8. Das wäre schon ganz schön krass, du. Das sind ja richtig viele Leute. Denk dir das mal, Alter. Das ist ein bisschen strange. Warum hat sich die grüne Farbe verändert? Das frage ich mich auch. Ist es dunkler geworden, ne? Ja. Richtig dunkel geworden. Blau ist so eine Biatch. Da baue ich mich doch instant mal zu der. Welche Farbe bist du? Ich bin... ...Jurkis. Oh Mann. Beide Nachbarn von mir existieren nicht. Wie? Sei doch froh. Hey, die Runde ist gar nicht so richtig voll. Ja, hab ich doch gesagt. Hä? Das ist eine 5x1-Runde. Achso, okay. Das hast du gemeint. Jetzt ergibt alles einen drin. Das stimmt. Decker, was ist da los? War da überhaupt jemand? Ja. Oh, nice. Get down! Wie sich alle zur Mitte bauen, Alter. Richtige Bungees. Noobs. Hast du nicht gerade Noob irgendwas getötet? Könnte ich auch. Oder Noob. Noobl Show Tag. Ja, die habe ich aber auch getötet. Und so. War so ein... War das die blaue? Gegenseitiger Kill, ja. Ah, nice. Du hast pink, ne? Äh, ja, natürlich. Okay. Du hast pink. Ganz da hinten, Alter. Was ist der Helle? So, der eine hat jetzt Bogen auf jeden Fall. Der hat einen Bogen? Ja, aber gerade an der Mittag hat Gold gesnackt. Ich nehme an deinen Bogen jetzt. Ja, doch. Ist ziemlich wahrscheinlich. Äh, essen wäre gut. Ich wollte mich doch auch in die Mitte bauen. Ich möchte mal zu der blauen rüber gerade. Da existiert ja so gut wie ein Weg in die Mitte. Ja? Ja, na, natürlich, Alter. Das war knapp. Oh mein Gott. Ich gehe in die Mitte und niemand wird mich schocken. Das ist der Englisch, ich weiß. Aus einem der Englisch Pro. Steht der mit seinem Bogen, weißt du? Und denkt, er ist der Überpro, Alter. Alter, ein Glück habe ich Warpowder mitgenommen, ne? Bist du in der Mitte? Ja. Nice. Aber ich hatte nicht genug Steigen, um mich wieder zurückzubauen. Also alles. Ich habe jetzt noch eine Pure bekommen. Jetzt werde ich gierig. Oh. Jetzt aber. Ich esse das heute. Mach das. Guten Hunger. So, der grüne. Ja. Orange lebt halt auch noch. Der Weg existiert auch zu grün, aber die greifen sich nicht an. Okay. Irgendwas habe ich doch verpasst, oder? Ja. Man muss sich nicht unbedingt angreifen. Nein. Natürlich nicht. Nicht unbedingt, nein. Nein, nein, nein. Muss man ja auch nicht. Wenn du Angst hast, durch eine Niederlage dann in den Rückstand zu geraten. Ist schon richtig, was du sagst. Ich habe dir nicht mittersprochen. Nein, habe ich nicht. Doch. Ich höre da so ein... Hast da so ein Unterton aus? Ja. Ist okay. Jetzt greifen sie sich an. Nice. Nein, warte mal. Ah doch. Okay. Nice. Guckst du da jetzt einfach nur begeistert zu, oder? Ja, 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 ja. Ah ja, tötet euch. Ah ja. Tötet euch. Ein bisschen mitfiebern muss man schon, weißt du. Das stimmt schon. Ein bisschen mitfiebern, die Fieber. So, jetzt darf er mich nicht runterschießen. Das wäre nett. Wieso? Wo gehst du hin? Ich? Hä? Wieso? Wo soll ich hingehen? Ich wollte gerade sagen, ich kann das Warpowder erst wieder in einer Sekunde benutzen, war es diese Sperre, an die habe ich gar nicht gedacht mehr. Ja. Aber zum Glück war es nur eine Sekunde. Eine Sekunde. One fucking second. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, mich überhaupt irgendwo hinzubauen, weil ihr alle Bögen habt. Das stimmt allerdings. Ich weiß. Aber macht dir keine Gedanken, mein Freund. Wie du das schon sagst, ne? Da bleibe ich dich nicht an. Das weiß ich ja wohl. Ja gut. Ich gebe mal eine Taktik, die ich echt noch nie gefahren habe, so eher, muss ich mal sagen. Was denn? Sag ich dir noch nicht. Direkt in der Mitte blauen, oder was? Ja, ich werde zurückgeparkt. Leck mich spiel. Leck mich. Leck. Leck. Naja, nicht so schlimm. Genau das ist nämlich meine Taktik. Ich hole mir all mein Zeug. Und was ist denn zurückgepackt? Nein, und leck es in die Truhe. Und dann wieder los und hol mir ein neues Colt. Nice. Nice. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Ist klar. Ja, dadurch, wenn ich abgeschossen werde auf dem Weg dahin, ist es ein bisschen Kacke. Ja, das stimmt schon. So kann ich das ein bisschen schicker machen. Schick, schick. Ich habe gerade einen Tinnitus auf dem Ohr, wo ich dich höre. Nice. Richtig nice. Warum auch nicht? Made it again. Alter, wie viel Gold hier einfach droppt. Ich bin doch nur kurz weg gewesen, mein Schätzchen. Drop, 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 drop. Drop, 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 drop. Alter, wer lebt denn jetzt noch? Ich muss mal langsam in die Orang zu weg. Orang, Gold, Pink und Tockeys. Tockeys. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich nicht abschießen könntest. Ich habe gerade schon ausgeholt, aber ich habe meinen Fall vergessen. Moment, wo bist du denn da? Das ist nicht in Ordnung, Grundy. Oh Mann. Erster Schuss. Ich wollte nur einen Schuss machen, ernsthaft. Nur einen einzigen. Ja, nee. Der trifft mich natürlich. Nee, ist klar. Du enttäuscht mich. Tut mir echt leid. Du enttäuscht mich hart. Du enttäuscht mich hart. Mach mich noch aufmerksam. Ich hätte das nicht mal geschnallt. Ja, klar hast du das geschnallt, Alain. Null geschnallt. Jeder hätte das geschnallt. So. Jetzt sterbe, wäre das irgendwie ein bisschen bitter. Weil jetzt habe ich tatsächlich gutes Zeug dabei. Okay. Aber ich brauche noch Essen. Eating. Wen soll ich denn am besten auslöschen? Eating. Dich? Grün. Bitte grün. Bitte grün. Bitte einfach grün. Grün ist in der Mitte. Richtig? Ja, weiß ich nicht, wo grün ist. Mir auch egal. Weil er nervt. Ich hole mir grün. Okay? Naja, mach nur, mach nur. Fies. Er portet sich. Er portet sich. Ist richtig. Du wurdest zurückgepackt. Nice. Ja. Bitte Enderperle, flieg und sieg. Flieg und sieg. Du Enderperl. Rund, runtergefallen? Rund, runtergefallen? Lalalalala. Lalalalala. Ich hatte besten Bogen. Lalalalala. Lalalalala. Ich hatte besten Bogen. Nice. Schwert, Enderperle, Stärke, Trank. Yay. Das ist wirklich cool, was ich alles hatte. Ja, cool. Freut mich auch. Darum rede ich in der Vergangenheitsform. Weil ich keine Enderperlen werfen kann. Yeah. Ganz ernsthaft. Ich glaube, ich musste mir alle Maps runterladen. Irgendwie privat. Ja, klar. Kann man einfach. Einfach von überall Enderperlen werfen spielen. Okay, Enderperlen werfen spielen. Nice. Ich würde mitmachen. Aber es gab ja da so eine eine Situation. Erinnerst du dich an die? Äh, nee. An den sagenumwobenen Enderperlen-Kill? Ich erinnere mich nicht. Ey, warte. Nicht töten, bitte. Er hat mich eben runtergeschossen. So, jetzt reicht es mir ganz ernsthaft. Ja, ist das so? Finde ich nicht gut von dir. Du hast mich doch wohl nicht töten wollen, oder? Geh mit dem Bogen weg, Digga. Was ist dein Problem? Ich hab dir gar nichts getan, Alter. Komm schon. Du hast dich mit mir angelegt. Hab ich gar nicht. Ich hab um Gnade gewinselt. Und du hast mich abgeschlachtet wie ein Schwein. Aber man darf nicht teamen. Das wäre kein Team gewesen. Das wäre... Was sonst? Ja, Hilfe für Minderwertige wäre das gewesen. Für Minderbemittelte, okay. Ja, was willst du denn da machen? Jetzt kommt der Grüne gleich. Und wir dich töten. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Arsch. Arsch. Oh, Mann. Ja, absolut. Wie wir uns einfach bekriegen Und beide sterben werden Und die Aufnahme ist für die Tonne. Aber gut. Aber gut. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Der wird jetzt uns so langsam ins Visier nehmen, ne? Wahrscheinlich. Hat er die Mitte? Noch nicht. Okay, das ist nice. Dann habe ich jetzt die Wilde. Ach ja? Ja, erstmal. Nice. Für den Moment. Da ist ein Blocki, der zurückläuft. Was, ich? Nö. Doch, du bist gerade zurückgelaufen. Nö. Ich habe es doch gesehen, Mann. Ey, der Grüne ist gestorben. Warum ist der gestorben? Keine Ahnung, aber der ist gestorben. Nice. Lass ihn angreifen. Also du. Ich? Nö. Deine Aufnahme. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Wie, du hast nichts? Man hat mich ja runtergeschossen unbedingt. Ja, ich mache die Mitte frei für dich. Ist okay. Oh ja, völlig nötig. Ja, mach mal frei. Tschüss. Geh mal weg, Digga. Oh, jetzt schießt mich der Typ mit dem Bogen ab. Ich glaube das nicht. Bist du tot? Nee. Noch nicht. Ja, komm, Digga. Ist gut. Da liegt doch gar nicht so viel, oder? Da liegt gar nichts. Aber der andere hat auch einen Bogen noch, sagst du? Wir haben alle Bögen irgendwie, ja? Aber du nicht. Doch, du hast auch schon Gold geholt. Ich habe gar nichts geholt. Wann denn? Ja, du hast irgendwann schon mal Gold geholt. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Hast du. Habe ich nicht. Habe ich gesehen. Wir wissen, was gesehen haben, wenn ich das gar nicht gemacht habe. Das ist ganz schön peinlich, weil man deine Aufnahme sieht. Hä? Ah, jetzt habe ich verpasst, dich abzuschießen. Ja, ja. Komm. Alter. Bist du des Wahnsinns, Digga? Was ist los mit dir? Ein bisschen Angst machen darf ich aber. Das war haarscharf. Ja. Es sah nicht so aus, als wäre es haarscharf. Alter. Übertreib. Alter. Alter. Ja, übertreib. Hör ab in deinem Kopf, Mann. Du bist total geisteskrank. Junge. Du bist richtig gestört. Sprichst du mit mir? Du bist richtig gestört. Hä? Du bist gestört. Du bist gestört. Uha, hey. Uha, hey. Deli. Deli. Der bist du. Dem, dem, dem. Dem, dem, dem. Oh. Ich bin tot. Ach ja? Sieht dich ja noch aus, irgendwie. Hinter dir. Ja, ich weiß. Peace. Come, get wrecked, Mann. Du. Oh, ich bin irgendwie tot. Ja, ich merke schon. Ja, ja, ich merke schon. Ich greife die Mitte an. Okay. Ich hole ihn mir. Dem, 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 dem. Ah, er ist tot. Ey, ich bin tot, man. Ich verwechsel das gerne. Ich glaube, er kommt zu mir jetzt. Meinst du? Ja. Kann mir nicht vorstellen. Mit seinem fucking Bogen. Oh, ja. Jetzt bekämmt er nicht die Mitte mit dem Bogen, ne? Ja, wenn wir zu zweit draufgehen, schaffen wir das. Das würde ich jetzt nicht als Team bezeichnen. Weil wir uns wahrscheinlich danach absch... Oh, äh. Los, komm, komm. Was denn? Komm, jetzt. Ja, was denn? Ja, ich block den gerade, für dich. Ach so? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, super. Jetzt, wo ich tot bin. Aber egal, ich komme auch sofort wieder. So, jetzt kommen wir von zwei Seiten. Der hat nicht mehr viel Leben. Oh, nice. Das schaffen wir beide. Was ist los mit ihm? Hast du ihn? Oh, ja. Tschüss. Oh, nein. Richtig nett von dir. Oh, hier liegt ein Block. Danke. Bitte. Ja, aber komme ich damit zurück? Doch, oder? Nee. Scheiße. Ja, was soll denn das? Hier liegen drei Gold. Hä? Die kannst du behalten. Wie, drei Gold? Das bringt richtig viel, was wir hier machen. Auf jeden Fall. Aber niemand kann uns vorwerfen, dass wir teamen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Niemand. Niemand. Niemand wird überleben. Okay. Oh nein, der kommt wieder in die Mitte. Och, dude, Alter. Was los ist denn? Ich kann ja zumindest kein Gold resafen. Resafen? Okay. Das macht natürlich Sinn. Zu weit. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Haufen in den Angriff. Das macht man doch nicht, Mann. Hat er jetzt noch einen? Er portet sich. Oh, komm. Der braucht viel zu lange. Viel zu lange? Nein, er ist genau in dem Moment weg, wo ich hin angekommen bin. Ach, damn. Oh Mann, ich wollte ihn wieder rausschlagen aus diesem Circle of Life. Circle of Frick'n'Bla. Aber sag nicht, du holst dir jetzt auch das erste Mal eine Rüstung. Mann. Gibt die ganze Zeit schon Rüstung. Hast du noch nicht angehabt? Wow. Alter, auf meinen Weg zurück katapultiert. Nice. Alter Faller. Was ist da los? Ich habe meinen Fall verloren. Ich habe nur meinen Bogen abgelegt. Nice. Richtig nice. Oh Mann, ich darf dir ja nicht folgen, ne? Hä? Wer sagt das? Ja, ich kann dir nicht mal folgen, glaube ich. Aus welchem Grund nicht? Ach doch, ich folge dir. Ich töte dich. Okay. Ich laufe den Hinweg hin, aber auf dem Rückweg? Du hast vielleicht übersprungen, hast du einmal? Ja, wahrscheinlich. Dum, 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 dum. Ah, ich bin da. Hi. Hallo. Ich komme nicht nach Hause und habe, glaube ich, mein Eisenschwert dadurch verschwendet. Ich komme nicht nach Hause. Kann ich mir Blöcke bei dir ausbauen? Ja, klar. Warum nicht? Warte, ich bringe dir welche. Was ist denn? Ja, was soll ich denn machen? Ich habe Gold, aber ich komme nicht nach Hause. Ich habe ja gesagt, ich bringe dir welche. Bleib halt stehen. Ja, als wenn du mir welche bringst. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, und dann? Ja, bring doch mal um. Warum? Ach, nicht wirklich. Oh, ah ja. Oh. Oh. Wenn du mir Blöcke gibst, erledige ich den für dich. Ich habe ja gerade gesagt, ich gebe dir welche. Aber das darf nicht auffallen. Au. Das schießt mich auf irgendeinem Grund ab hier. Warte, warte, warte. Oh, ich bin fast tot. Ja, ich bin tot. Ach, komm. Das war, ich töte dich jetzt trotzdem. Was? Ich habe noch so viel Gold auf das Erbe gehabt? Oh, nice. Ja, warum? Och, er tötet mich mit einem Schlag einfach. Richtig nice von ihm. Niceer Dude. Dann siehst du, ob er noch in der Mitte ist? Ja, ist in der Mitte, ja. Okay. Ach, die Frage ist mir, was mache ich jetzt, Alter? Bin ich ganz sicher? Der setzt uns ganz schön zu, dadurch, dass wir uns irgendwie teilweise bekriegen, teilweise teamen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist zwischen uns. Ich weiß es auch nicht. Ist mir aber auch egal. Ja. Wir müssen bloß wieder zusammenstürmen, ne? Eigentlich. Sag, ich sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ach, du hast einen Bogen. Nein, habe ich nicht. Ja, ich sehe dich da gerade umarmt, mein Freund. Ich habe Optifine. Ui. Jetzt geht man nicht so an. Aber du kannst ihn abschießen, theoretisch. Wenn ich da angreife, ne? Ne, kann ich nicht. Ja, doch. Wie soll ich das anstellen? Nein, wenn er sich irgendwo hinstellt, um mich abzuschießen. Oh, er portet sich. Okay, er hat aufgehört, sich zu porten. Oh, nice. Oh, fast. So treffe ich ihn nicht. Hast du ihn? Gut. Ja. Auch gut. Tja, was mache ich da jetzt? Was mache ich da jetzt? Ich komme wieder nicht zurück. Oh, Mann. Alrighty, girls. Oh, all right, girls. Oh Gott. Wunder gefallen. Oh, ich habe mein Gold verloren da oben. Oh, nein. Was ist das? Oh, Mann. So, jetzt sind wir quillt. Was zur Hölle, Alter? Was ist los mit uns? Was ist los mit dir? Los mit dir, los mit dir. Los mit dir. Der Grüne kommt in die Mitte. Okay. Okay. Bist du sicher? Ob er noch einen Bogen hat? Seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh, nein. Ach, du bist zu grün gegangen? Oh, ja. Was hat er gemacht? Hat er noch einen Bogen oder was? Hat er mich geraped einfach. Wie, richtig so? Ja, von hinten. Richtig mit Zunge? Ja, gut. 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 Du bist bei Bad Wars auf jeden Fall, doch. Großer Fan von Spitzhacken. Eignen sich... Ja, doch. Jetzt, wo du es sagst. An sich, ne? Kann man schon... Oh, der ist runter. Kann man schon denken. Oh, jetzt nochmal runtergefallen. Okay, das war... Jetzt nicht so geil von dir, mein Freund. Ist er gelieft? Er hat gelieft? Ne, ne. Ne, wofür? Boah, Alter, was ist los mit ihm? Spidi Gonzales. Spidi! Kiste gelootet. Hat er noch viel gehabt? Was ist das hier? Ich weiß nicht, wo ich das Bett am besten habe. Ich weiß es auch nicht. Er hat ihn. Grabelt. Ich habe ihn. Ja, ich merke schon. So, und du wirst dir Gold geholfen haben in der Zeit? Oder greifst du gerade meine Base an? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was du vorhast. Okay. Das hätte ich machen können. Beides. Okay. Habe ich auch nicht. Warum nicht? Foul. Das ist in Ordnung auf jeden Fall, sag ich mal. Ja. Final Battle oder was? Ist ja raus schon, ja. Oder wie, oder was? Was ist in der Mitte? Ich? Nein. Doch. Ach komm. Was erzählst du überhaupt? Ach, okay. Alles klar. Ach komm, dein Bogen. Geh doch halt kacken, Alter. Hä? Was? Wie? Hä? Das ist einfach eine fremde. Das ist in der anderen Base. What? Was? Was ist da los? Was ist da los bei dir? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das jetzt nicht. Du kannst ja auch in der fremde Base laufen. Ich weiß auch. Deine Base ist total offen für den Angriff. Das stimmt. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Ja, hast du recht. Und, ne? Macht meine Base total offen für den Angriff. Nice. Das sehe ich halt auch so. Ich bin echt tatsächlich das erste Mal richtig durch die Traps gestorben. Nice. Nein, 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 nein. Noch Back des Todes, Digga. Halbes Herz. Nice. Eine 26 Gold. Nein. Aber ich habe sie dabei. Nice. Ah, das war richtig, richtig grottig gemacht von mir. Am Ende mit der Trap, dass ich da einfach runterfalle. Wieso bist du denn da runtergefallen? Verstehe ich nicht. Ähm. Keine Ahnung, weil es so langsam plötzlich wurde und alles. Und dann bin ich komplett aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich habe halt wieder mal nicht an diese verdammten Traps gedacht. Ich liebe die Traps. Das sind einfach der Hammer. Ich habe auch welche bei mir platziert, aber du bist nicht reingelaufen. Ach ja, du bist mit einer Enderpearl rübergejoint. Easy. Aber es war ganz cool, dass du da oben noch festgebackt bist. Ne, bin ich nicht. Doch, ich habe dich ja getroffen. Ja, natürlich hast du mich getroffen, als ich runterspringen wollte. Du hast mich genau umslob. Bei mir bist du, hast du dich da, schwebtest du so ein bisschen in der Luft. Echt? Okay. Ja, naja. Ich wollte gerade runterspringen, dich hitten und da hast du mich getroffen und da wurde ich ein bisschen zurückgestoßen, ist klar. Hättest du mich alle fast tot gehabt. Ich hatte nur noch drei Herzen oder so. Echt? Ja, ja. Ich habe dich sogar fast mit der Faust noch runtergehauen, ne? Ja, ja. War ein bisschen eng gerade. Boah, das war echt knapp. Vor allem hätte ich nur, hätte ich nur geschafft irgendwie noch ein Eisenschwert oder so, aber ich habe gerade mal geschafft, mir einen Pfeil noch zu kaufen, in dem Bogen. Dann warst du ja schon da. Ja, ja. So wie du da gesneakt hast schon und so mit der Haltung so etwas nach oben, dachte ich mir schon, dass da gleich die Enderpferde kommen. Aber gut. Ja, komm. War gut, ich habe es kacke gemacht, du hast die Chance genutzt. Ja, wir haben halt einfach, war halt aber irgendwie eine coole Runde, war ein bisschen, ja, weiß nicht. Bisschen anders einfach. Bisschen anders, genau. Bisschen anders. Das finde ich auch. Ja, gut. War ganz gut. Gut, dann bedanke ich mich für das Dabeisein, Herr Flo. Herr Nest. Herr Nest. Frau Flo. Und ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dürfen Sie nicht bewerten, oder was? Nein. Dann dürft ihr gerne Nest-Floss-Videos disliken. Okay, das finde ich fair. Ja, okay, das hört sich gut an. Gut. Das hört sich richtig gut an. Dann riechen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich. Und, ja, tschüss. Tschüss. Dieser männliche Duft nach Schweiß. Ich liebe es, mit dir aufzunehmen. Oh ja. Moment, das bin ich.